Bhagavad Gita, Vers 4.14 Es gibt keine Arbeit, die ich ausführen muss, noch strebe ich nach den Früchten des Handelns. Wer diese Wahrheit erkennt, wird ebenfalls nicht in die Reaktionen auf fruchtbringende Arbeit verstrickt. Erklärung Wie es in der materiellen Welt grundlegende Gesetze gibt, die besagen, dass der König unfehlbar ist oder nicht den Gesetzen des Staates unterliegt, so wird auch der Herr, obwohl er der Schöpfer der materiellen Welt ist, nicht von den Aktivitäten der materiellen Welt beeinflusst. Er erschafft und bleibt dennoch von seiner Schöpfung völlig unberührt, wohingegen die Lebewesen in die gewinnbringenden Ergebnisse ihrer materiellen Aktivitäten verstrickt werden, weil sie dazu neigen, über die materiellen Reichtümer zu herrschen. Der Besitzer eines Unternehmens ist für das richtige und falsche Verhalten der Angestellten nicht verantwortlich, sondern die Angestellten sind selbst verantwortlich. Die Lebewesen sind in ihren jeweiligen Aktivitäten zur Sinnesbefriedigung beschäftigt, doch diese Aktivitäten sind ihnen nicht vom Herrn aufgetragen worden. Die Lebewesen handeln in der Welt, um Fortschritt in Sinnesbefriedigung zu machen und wollen nach ihrem Tod himmlisches Glück genießen. Weil der Herr in sich selbst vollkommen ist, wird er von sogenannten himmlischen Freuden nicht angezogen. Die himmlischen Halbgötter sind lediglich seine Diener. Der Besitzer begehrt niemals das niedrige Glück, nachdem die Arbeiter streben. Der Herr bleibt von den materiellen Aktionen und Reaktionen unberührt. Obwohl es ohne Regen keine Vegetation geben kann, ist der Regen dennoch nicht für die verschiedenen Arten der Vegetation verantwortlich, die auf der Erdoberfläche erscheinen. Die vedische Smriti bestätigt diese Tatsache wie folgt. In den materiellen Schöpfungen ist allein der Herr die höchste Ursache. Die unmittelbare Ursache ist die materiellen Natur, durch die die kosmische Manifestation sichtbar wird. Es gibt verschiedene geschaffene Wesen, wie zum Beispiel Halbgötter, Menschen und niedrige Tiere. Und sie alle sind den Reaktionen auf ihre guten oder schlechten Aktivitäten unterworfen. Der Herr gibt ihnen die geeigneten Möglichkeiten für solche Aktivitäten und die Regulierungen der Erscheinungsweise der Natur. Doch er ist niemals für ihre vergangenen oder gegenwärtigen Handlungen verantwortlich. In den Vedanta Sutras wird bestätigt, dass der Herr niemals ein Lebewesen bevorzugt oder benachteiligt. Das Lebewesen ist für seine Handlungen selbst verantwortlich. Mithilfe der materiellen Natur, der äußeren Energie, gibt der Herr ihm lediglich die Möglichkeiten zum Handeln. Jeder, der mit allen Kompliziertheiten dieses Gesetzes des Karma der fruchtbringenden Aktivitäten vertraut ist, wird von den Ergebnissen seiner Aktivitäten nicht beeinflusst. Mit anderen Worten, wer das transzentale Wesen des Herrn versteht, ist ein im Krishna-Bewusstsein erfahrender Mensch und daher niemals den Gesetzen des Karma unterworfen. Wer das transzentale Wesen des Herrn nicht kennt und glaubt, die Aktivitäten des Herrn würden um fruchtbringende Ergebnisse willen ausgeführt, wie es bei den Aktivitäten der gewöhnlichen Lebewesen der Fall ist, verstrickt sich mit Sicherheit in die Reaktionen auf fruchtbringende Handlungen. Wer jedoch die höchste Wahrheit kennt, ist eine befreite Seele, die fest im Krishna-Bewusstsein verankert ist. Das ist ein besonderer Wesen der Breinheit. und das ist eine befreite Seele, die leiden der Fall ist, die Kippen der Fall ist. Ich verьюst du mit der Beleumatung,